Wuhu! Bibi! Neues Video! Was geht ab Freunde, ich bin der Koi und Koi Baba! Verarscht du mich? Niemals! Ich hab's schon gehört! Du... Du was? Du hast so gut! Leute ihr habt mal wieder gewonnen, das letzte Aussprache Video ging ja mal richtig ab! Ja! Richtig! Wir haben die 1000 Likes geknackt und über 400 Kommentare! Uuuuh so viel! Und genau deswegen gibt's heute nur für euch deutsche Namen, die mein Vater einfach nicht richtig aussprechen kann! Nein! Du! Immer sagen! Nicht richtig! Nicht richtig! Aber ich richtig! Woher willst du wissen, dass du richtig bist? Ja! Hallo! Hallo! Hi! Achja Leute, bei den nächsten 1000 Likes kommt der nächste Teil! Alle liken! Aber stopp! Bevor wir mit dem Video weitermachen, liebe Grüße gehen raus an! Zuschauer! Warum hast du so gezögert? Hä? Nein! Lilly Herman! Hallo! Hallo! Massimo Canceda! Hi! Hi! Ist mir Ronald Roblox! Und wenn du auch mal gegrüßt werden willst dann? Schweichern? Nein, nicht speichern! Um zu verpassen! Nein! Um zu verpassen! Was sollen die Leute machen, um gegrüßt zu werden? Hallo! Hallo sagen! Schreibt einen Kommentar! Also schreibt einen Kommentar! Und wenn wir schon mal dabei sind, dann lass uns doch gerne ein Abo da! Hä? Nein! 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 Um nichts mehr zu verpassen! Ja! Ja! Um nichts mehr zu verpassen! Ich kann das alles nicht mehr! Okay, zurück zum Video! Okay Papa, du hast ja in den letzten Videos schon bewiesen, dass du ein absoluter Deutsch-Profi bist! Ja! Okay! Gut, danke! Und deswegen habe ich dir jetzt wieder eine ganze Liste vorbereitet, die wir jetzt einfach zusammen durchgehen! Okay, kein Problem! Fing! Fing? Ja! Was Fing? Ja! Fing! Okay! Warum betonst du das so? Du hast mich gesagt! Moritz! Moritz! Achso! Ja! Moritz! 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 Okay! Natalie! Papa, bitte! Wo hast du das Lia her? Mit E zum Ende! Wie? Ja! So wie! Familia! Mit E! Zum Ende! Diese Worte auch mit E! Zum Ende! Okay, dagegen kann ich nichts sagen! Olivia! Olive! Ja! Diese Olive zum Essen! Achso! Olive zum Essen! Nein, 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 nein! Olivia! Nicht Olive! Nein! So! Oliver! Adele! Adana! Ja! Adele! Achso! Adele! Warum hast du gerade deine Brille ausgezogen? Weißt du? Ich habe gedacht mit dem Brille, ich kann nicht ganz gut lesen, dann mach auf! Aber auch nicht lesen! Also bist du einfach blind? Einfach! Jasin! Jasin! Wieso betonst du das so? Nein, ich beton! Ich lese normale! Normale! Normal! Agnes! Agne! Agne! Ja! Agne! Nicht Agne! Agnes! Agnes! Agnets! Sss! Ssssssss! Ssss! Alberto! Eg continu! Eg Eg ! Eg continu! Eg cep Wir Idee! Anneliese! Anneliese! Heinze! Frieda! Frieda! Was hast du gesagt!? Frieda! Ja! Einfach geschmeidig. Frida! Einfach so? Einfach geschmeidig! Sper! Nicht! Wilma! 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 Wilma. Wilma. Christoph. 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 Ja. Christoph. 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 Huh? Warum? Du machst nass mein Gesicht. Clemens. Clemens. Achso. Clemens. Warum die Pause? Nein, nicht Pause. Einfach Clemens. Warum die Pause? Soll ich noch mal Pause. Vierte? Vierte? Papa, I, E. Vierte? Nein, nein, nein. Ich meine I. Vierte? Nein. Henry. Henny. Henny. Nein, nein, nein. Kein Henny. Henny nix gut. Henny nicht gut. Henry. Henry. Ja. Okay, Henry. Katharina. Katharina. Katha. Hast du gerade gehustet? Katharina. Katharina, nicht Katha. Katharina. Gut? Nein. Manuela. Aber Papa, warum Manuela? Manuela. Manuela. Okay. Ich lese leise, oder? Dann richtig. Manuela. Ja, wenn du leise liest, ist immer richtig. Manuela. Daniel. 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 Gut? Ja, Daniel. Warum weißt du? Ich weiß nicht. Du, Heulsuse. Nein. Doch? Nein. Heulsuse. Nein. Wow, Freunde. Was war das gerade wieder für eine Folge? Ich war wie immer gut. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war es dann wieder für heute. Wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt, dann? Zweien. Teilen. Und ab oder lassen. Bitte schön. Wieso bitte schön? Und bis zum nächsten Mal. Junior. Hallo. Das sind nur Hallo. Junior.